jetzt so freunde so an unseren kumpel max allason ein schönes paket leider mussten wir schon zweimal dieses paket schicken weil wir immer zu blöd waren das hier oben richtig auszufüllen und deswegen zeige ich euch jetzt mal deswegen musste er ja so lange auf unser schönes paket warten wir machen jetzt einen dritten versuch 7 euro das spaß immer kostet jetzt insgesamt schon auch ich trau es mir gar nicht auszurechnen 3 x 7 da ist ja egal paket ist unterwegs tschüss max